Servus zusammen zu einem neuen Gameplay bei mir hier auf dem Kanal. Ihr seht es schon am Startbildschirm, God of War ist jetzt angesagt. Das ganze ist ja Teil des Playstation Plus Programms mal gewesen, gab es als kostenlosen Download schon vor einigen Monaten. Habe ich auch heruntergeladen, eigentlich gleich sofort, aber kam nie dazu es zu spielen. Aber heute soll es soweit sein. Und deswegen steigen wir auch gleich ein in ein neues Spiel, God of War. Und wir werden das Ganze als ausgeglichenes Erlebnis spielen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei beim Zusehen. God of War. God of War. Das war's für heute. 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 Let's do it. Das war's für heute. 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 Okay. Hacksilber. Okay. Das wird wohl die Währung in diesem Spiel sein. So, da hinten wird man wohl... Oder doch? Guckt man da auch rüber, irgendwie? Nein. Okay. Gut. Ja, wir kommen schon. Jetzt nur nicht hier ein Hektik ausbrechen. Über den Spalt springen, dazu einfach den Kreis drücken. Okay. Oh. So, wir müssen uns immer ein bisschen umschauen, ob es irgendwas gibt. Gerade am Anfang eines Spiels ist es immer wichtig, möglichst schon mal alles aufzunehmen, damit wir ein bisschen vorwärts kommen, was Geld, XP und ähnliches angeht. Ja, und drüber springen. Okay. Gefunden. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Aha. Okay, eine Kette. Die hat bestimmt auch noch eine Bedeutung. Okay, R1 oder R2? R2. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Hm, ganz schön streng mit dem Jungen. Aha. Mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück! Okay, jetzt geht es noch, dass ich ihn gemacht habe. Ich habe ihn noch nicht versucht. Ich habe ihn mit dem Jungen. Ich habe ihn schon wieder gemacht. Ich habe ihn mit dem Jungen. Ich habe ihn mit dem Jungen. Okay, L1 zum Blocken. Das haben wir schon herausgefunden. Halte L, um auszuweichen. Okay. Ganz schön hart dagegen die Kollegen. Okay. Okay. So, das Grüne müsste eigentlich Leben sein. Heilung, okay. Heilungssteine, sehr schön. Gut, wo müssen wir lang? Wir schauen nochmal hier oben. Gibt es hier irgendwas? Ähm, der Hirsch ist hier lang. Ich sehe noch mehr Spuren. Ja, und ich sehe hier eine Truhe. Oder wir folgen dir. So, was haben wir hier? Okay. So funktioniert das also. Aha, hier gibt es noch was. Ja, er wird es wohl nicht mehr brauchen. Aha. Das heißt, dann müssen wir irgendwie hier rechts herum. Ja. Dann schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Na, nach oben. So, zum Klettern benutzen. Und der Junge immer an unserer Seite. Ah, ja. Ups. Oh, ja. Da habe ich mich auch an. Okay. Bisschen unterschätzt. Wo ist der Zweite? Oder sind schon alle erledigt? Sie waren nur hungrig. Was? Die Wölfe. Sie waren nicht gut. Sie hatten Hunger. Ja, das hatten sie bestimmt. Okay. Okay. Verlorene Spielsachen. Zwei von vier haben wir. So. Da denke ich, dann haben wir hier alles gefunden, was es zu finden gibt. Und können wieder zurück. So, der Junge wieder auf unserem Rücken. Sehr schön. Ja, muss mich noch ein bisschen an die Spielsteuerung gewöhnen. Aber ich denke, das wird... So, sind wir da hergekommen? Nein, da haben wir runtergeschaut und haben die Truhe gesehen. So, da müssen wir lang. Die Truhe haben wir schon geleert. Wohin gehen wir jetzt? Na, was ist? Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Aha. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Gute Einschätzung. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war in der Zeit. Verstehe. Mhm. Mit Sicherheit gibt es gleich wieder ein Kämpfchen. Trauge! Ah, ja. Okay. So. Um die Axt zu werfen. Okay. Ich habe gehe auf. Menge одногоaud piloten. Ja. 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 Oh je, da kommen noch mehr böse Buben. Das wird es doch noch nicht gewesen sein. Ah ja, habe ich es doch geahnt. Ups. Ah, sogar rückwärts fliegen. Cool. So, das war es jetzt aber. Ja, dann holen wir uns mal wieder ein bisschen Heilung. Besser ist das. So. Ah ja, da kommt man auch rein. Dann gehen wir das Ganze mal im Uhrzeigersinn. So, ah ja. Ups. Mann, 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 Freunde. Oh, da kommen ja noch mehr. Gut gesprochen, mein Sohn. Danke dir. So, noch mehr. Ja, der Junge muss noch ein bisschen was lernen, habe ich den Eindruck. Er ist noch lange nicht so weit. So, sehr schön. Bis jetzt gefällt mir das sehr, sehr gut. So, jede Menge Hacksilber. Gut. Ja, jetzt nicht schmollen hier, ne? Auf geht's. Die Abenteuer rufen. Atreus, komm her. So. Und ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge God of War. Ich muss ehrlich sagen, das macht mir Spaß. Das gefällt mir. Finde ich echt ein schönes, interessantes Spielchen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Baden Farmer und sage Tschüss, Ciao, Cheerio.